so dann schauen wir uns doch mal im geburt um. wir siegen den gebietsboss im labor der untergegangenen zivilisation wow den 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 ach ja kriegen wir hin da wette ich drauf mit neuen geilen waffen hier aber in zielen merke ich immer wieder ich hätte es vielleicht mit maus und tastatur spielen sollen und den ps4 controller ist leicht behindert zu steuern ja 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 nein Uh, ich habe das Tagebuch gefunden. Niii. Stirbt. Jetzt zeige ich alles dabei. Sprundangriff, taktische Rolle, Tempoform, Kraftform. So. Ja. Hey, bleib hier. Na komm schon. Voll ins Auge. Da 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 da. Hey. Der ist unfair mit dem Controller. Der ist unfair mit dem Controller. ach da war auch nicht einfach die treppe gewesen na gut voll in die beine ja man was ah, what, 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 what stop stirb was hab ich denn da für buff um mich rum komm schon komm schon na oh jetzt geht es da weiter cool so was erwartet uns denn hier da 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 ja wir haben noch eine jagd abgeschlossen das ist meine komm schon der dolen erwartet uns der tod ja 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 und ja 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 Ä ja ja und ja ja Wo ist der Schwachpunkt? Wo ist der Schwachpunkt da oben? Kugel. Aua Aua Aua. Hilfe. Wo ist der Schwachpunkt? Oh, weren't du? Wo ist die Schwachpunkt? Woh, 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 Woh! Kann ich auf diese Dinge schießen? Oh nein ich habe keine Munnen mehr! Ja geil wie soll ich jetzt dagegen Nein! Wie soll ich jetzt mit dem Schwert dagegen antreten? Achso was muss ich hier Wie behindert? Wie behindert? Das kann ich! Ja geil ich muss ihn jetzt echt so bekämpfen! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ja wie geil ist das denn? Wie 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 ist das denn? Wird ich das jetzt mit dem Schwert machen sollen? Mann! Ja geil! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Oh Mann! Monstern Toll jemanden kur elemento arrows ى Vielen Dank. Ja, jetzt habe ich keine Munition mehr oder was? Das ist doch ein Sturmgewehr oder nicht? Ein Sturmgewehr! Naja, dann noch ein Versuch, dann kämpfe ich mich halt bis dahin erstmal mit dem Schwertdisch, damit ich meine Munition sparen kann. Das ist so... Ah! So... Hä? Ich habe doch Munition! Ach, come on! Hä? 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 Ja! Inwear gern und noch auch jetzt wechseln oder so probier's doch jetzt so halt mal das habe ich jetzt echt nicht gepeilt ich hab doch da noch 400 muni oder nicht schreibt mir in die kommentare was es damit auf sich hat wenn ich in meinem gegenstandes inventarset noch 400 geschossen habe müsste es doch ausreichen hier habe ich gar keine muni zu der waffe also probieren wir uns jetzt halt damit man so 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 und up ja stirb ich bin darf weiter so hier ist noch einer zack 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 schnettel mich hier durch ja so geht's auch so so und hopp zack komm schon ja ja oh 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 zack 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 dann laufe ich halt einfach ja gut ich schneide mich einfach durch und mache halt nichts am ende so jetzt muss ich zu der waffe wechseln so so jetzt richten und 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 so und hoch mit dir nein und so 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 so